Was ist der Form dieses Meerestieres nachempfunden und inspiriert von pinkelnden Hunden? Das perfekte, spritzfreie Urinal. Ein Team der Uni Waterloo hat das konzipiert. Dabei haben sie sich am Pisswinkel von Hunden orientiert. Denn wenn Rüden beim Pinkeln ihr Bein heben, spritzt es kaum. Laut den Forschenden liegt dieser ideale Winkel bei 30 Grad. Menschen können diesen Winkel schwer durch das schlichte Anwinkeln ihres Beines erreichen. Deshalb haben die Forschenden die Oberfläche des perfekten Pissoirs so angewinkelt, dass der Urinstrahl möglichst häufig im 30 Grad Winkel abgefangen wird. Bei der Konzeption der Strömung innerhalb des Urinals haben sich die Maschinenbaustudenten an der Geometrie dieser Meeresschnecke orientiert. Pinkelt man in dieses Pissoir, entstehen angeblich 50 Prozent weniger Spritzer als bei handelsüblichen Modellen. Unabhängig von der Größe des Pinkelnden. Und so sieht das Gewinnermodell aus. Applaus